Äh, wo ist denn jetzt die Kiste? Ja, keine Ahnung. Jetzt sitzt sie wieder unten, jetzt sitzt sie hier. Ist sie auf dem Dach? Ah ja, wahrscheinlich. Immer diese Sucherei, du! Hase! Hör auf! Ah! Wow, hab ich mich erschrocken! Verdammt nochmal! Der Bastardfang! Überlegen oder nicht? Du bist ein Schaschlick! Der zappelt bei mir in der Wand. Nee, bei mir ist er zerstückelt in 20 Teile. Oh, bei mir liegt hier ein Fuß. Magst du einen Fuß von dem haben? Da ist noch ein Fang. Der Drecksacker, der mit seiner Scheiß-Zunge. Komm, ihr Mann! Komm, ihr schweiß, schweiß, schweiß! Ja, ja, ich geb ihm ja! Der ist tot! Aber hey, ich muss noch die Sachen einsammeln. Der hat hat bei mir auch. Alter, die liegen da oben. Willst du mich eigentlich verkacken? Komm da nicht hoch! Nee, ich will dich nicht verkacken. Das ist ziemlich... Das Spiel will mich verarschen. Jetzt sind die Sachen da oben und ich komm da nicht hin. Doch, du musst über die andere Dach... Über die andere Dach... Über die andere Dach... Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Also... Wer hat jetzt nochmal gesagt, dass wir das auf schwer spielen? Du! Wer hat gesagt, dass wir Pro-Gamer sind? Ich! Es war gelogen. Ja, glaub ich auch. Oh Mann! Komm da! Verdammt dran! Wer ist die verdammte Kiste? Es ist jetzt da auf dem Dach. Ich komm da nicht hoch. So blaue... Items, weisch? Ach, leck mich doch. Doch, du kommst da hoch. Hier über den Brunnen. Über den Brunnen. Ah! Oh, ich hab schon gedacht, der stürzt sich runter. Nein, die halt... Oh, der hält sich nicht fest, der Monk. Seit eben war ich oben am Grund. Nein, schaffst du nicht. Doch. Warte! Okay, doch. Hä? Ah, okay, jetzt hab ich's. Sehr gut. Okay, komm. Ach, wo soll ich denn jetzt noch wieder hinkommen? Hier ist wieder ein scheiß Keks. Wehe, du sagst irgendwas. Auf dem Dach. Kekse! Nein! Beim Krapschen. Mit dem Klosner. Da fliegt die Zeit. Ah, ja. Alter, warum musstest du das jetzt auch machen? Ja, ich versuche ja schon mein Bestes, aber der hält sich still. Oh, hast du ihn gekillt? Nee, ich bin tot. Ja, weißt du, was dann passiert ist? Dann verschwindet der. Ja. Toll. So ne Scheiße, oder? Warum schlage ich auf den Waffel? Meine Absicht? Ja, weil der... Ich wollte den streicheln. Ja, genau. Ich zeig dir einen richtigen Hase. Oh, ne Waffe. Ich hab ne Waffe bekommen. Ne Waffe? Ja, ne neile Waffe. Oh, Alter, was ist das? Oh, Alter, Knochen. Oh, ich hab's gefunden. Wow, sie haben wirklich ein Nummer auf diesem Ort gemacht. Looters gonna loot. At least we got this diary. Hast du auch so einen Knochen schnell bekommen? Ja, du bekommst nicht deine Sorge zurück. Oh, ich bekomme es zurück. Aber die Instruktionen... ... wurden stolen. All I have to do is steal them back. How can we find who took them? Well, we can start by tracking down whoever put these tags up. Huh, smart. Yeah, try to keep my intelligent moments to once per year. Get ready for a tsunami of stupid. Get ready for a tsunami of stupid. So. Und das war's, Master. Guck mal, wo wir wieder sind. Wir sind wieder in dem gleichen Level. Gebehindert ist das denn bitte? Das Level hat sich nur erweitert. Ja. Ja. Und wir schnetzeln uns die ganze Zeit durch denselben Scheiß, du. Oh, da... Juhu! Juppi! Da oben... Was hast denn du jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas. Was? Einen Kindergarten zu leiden ist wie ein Gefängnis zu gehen. Im ersten Morgen auf dem Spielplatz gehst du zur... Was? Zur fiesesten Mutter und haust sie auf die Schnauze. Danach legt sich niemand mehr mit dir an. Was? Was ist los mit denen? Ich geh nach Hause. Tschüss. Was? Oh, ich geb die Scheiße ab. Ja, ich geb die Scheiße ab. Du kannst mich mal. Ich brauch Munition. Ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen. Außerdem geb ich ihm jetzt. Vom Großvater. Hier den Bauplan, damit er mir ein geiles Schwert bauen kann oder so. Ah. Ah. Das ist geil, ne? Aha. Okay. Hier hast du deinen Scheiß. Ich bin froh, dass es nicht viel übrig ist in deinem Großvater. Es ist unverlässig. Das ist es? Du verlierst eine Troll von preisless, irreplaceable Dokumenten und es ist unverlässig? Wer kann sagen, was gut ist Glück und was schlecht ist? Ich versuche, dass ich unabhängig zu irgendwelchen Ergebnissen zu bleiben. Wow. Ich bete, dass du Spaß in Vegas bist. Anyway. Es war ein spezielles Stück von Graffiti all over the place. Ich denke, es könnte mit den Lutern verbunden sein. Ich werde meine Studenten haben. Ich werde etwas Gedanken haben. Ich dachte, du wolltest dich zu irgendwelchen Ergebnissen beitragen? Mein Fisch wird zu deinem Gesicht beitragen, wenn du mit deinem Gesicht beitragen kannst. Entstanden. Lass mich wissen, ob du irgendwelche Leiden findest, Sir. Okay. Yay. Wir haben Geld bekommen. Das Geldpunkt und Devolt. Was auch immer Devolt ist. Keine Ahnung. Alter. Mein Schüler ist verschwunden. Kannst du mir helfen? Nein. Nein. Ich helfe dir ganz sicher nicht, deinen Schüler wieder im gleichen Scheiß-Nest zu suchen. Im gleichen Ort. Dauernd das Gleiche. Du. Ich gehe mal zu Larry. Was? Ja, ich auch. Ich bin gleich wieder da. Voll gut, oder? Hey, warte mal. Was ist eigentlich da unten? Der hat doch auch bestimmt coole Sachen hier. Der Hideo. Welcher Hedro? Der Hideo. Sag mal, da oben wird mir noch immer eine Waffe angezeigt. Aber was war ein? Da kommst du noch nicht hin. Da ist doch ein Dingens. Ein Gitter vorm. Aber. Was ist da? Ein Gitter vorm Dingens. Ein Gitter vorm Dingens. Guck mal hier. Von der Treppe hin. Da kommst du ein Gitter. Da kommst du rein. Wo? Komm her. Da kommst du nicht rein. Guck. Verdammt. Okay. Aber was verkaufst du denn? Huch. Nein. Oh. Habst du jetzt gekauft? Nein. Oh. Der verkauft auch Karten. Kern des Essigs. Was? Was? Hmm. Eis Upgrade. Brandschatzer. Verbessert die Eigenschaften auf Waffen angewendeter Feuer Upgrades. Mhm. Aha. Gibt hier. Ich hab hier einen Plasmaschneider. Der hat nur Scheiße. Ich geh zu Larry. Larry ist cool. Ja. Larry is the devil. Larry. 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 Wo bist du? I'll need Armor. Armor? Das ist Liebe. Du Heinz. Ja. Ich will auch lieb. Oh. Oh. Der hat aber einen netten Granatenwerfer. Alter. Die Todesflinte ist aber auch böse. Wie viel Schaden die macht. Aber Magazin Größe nur zwei. Mhm. Das ist natürlich. Richtig kacke. Ja. Was heißt du da? Die ist die AR? Die was? Die AR. Die ist okay. Die ist echt okay. Ich hab die. Mal überlegen ob ich jetzt ein bisschen Geld ausgebe für meine neue Waffe oder so. Ich hab da ne Waffe die heißt Massenmörder. Ja. Oh. Der hat auch Karten. Berührung des Heilers. Steigert die Heilwerte aller Medikids. Oh. Das ist nicht schlecht gell. Verbessert die Eigenschaften auf Waffen angewendeter Feuerupgrades. Ach der hat die gleichen Karten wie da drüben. Plus eine weitere Karte. So. Ich muss jetzt Muni kaufen. Die Muni? Alter. Es kostet mich halt mal 120.000. Aber egal. Alle Muni kaufen. Sehr schön. Jetzt mal gucken. Kann ich die Waffe noch kaufen? Ich könnte die Waffe noch kaufen. Ja. Ja. Alter ich verliere ständig Geld. Ich geb Geld jetzt aus. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. So. Gekauft. Und. Jetzt kann ich nichts mehr kaufen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt. Wie verkauft. Wie verkauft man dem überhaupt. Jetzt den ganzen Scheiß. Links. Da steht Verkaufen. Ah ok. Ach da steht auch noch Ausschlussverkaufen. Mahahaha. Also kannst du schön irgendwie sortieren. Ja jetzt. Muss ich erstmal ein bisschen skillen. Oh. Oh. Ich hab ne neue Uzi bekommen. Oh. Welche ersten bekommen? Äh. Keine Ahnung. Die ist so. Future mäßig. Einhand. Keine Ahnung. Die ist Future auf jeden Fall. Und macht 77,5 Schaden. Oh. Oh. Ach das ist die Dingens. Äh. Die. Die ist eigentlich ganz okay von Anfang. Ja? Ja. Warte mal. Aber ich glaub in einem ER das. Das macht mehr Schaden. So. So. Was haben wir denn da? Schadens Radius. Feuerfrequenz. Nee. Magazingröße verringert. Nee. Alle die goldenen Sachen. Das ist echt behindert man. Ah. Kritische Trefferchance. Das ist doch schon mal was. Das ist ganz gut. Ach du Scheiße. Feuerfrequenz. Oh warte mal. Damit pushe ich meine Feuerfrequenz wieder hoch. Dann kann ich ja. Warte. Moment. Wo ist ein goldenes? Ach du Scheiße. Wo ist denn jetzt das? Wo sind die goldenen? Ah da. GPS von 104 ist schon gut. Aber ein 60er Schaden pro Dingens. Element. Magazingröße ist 120. Nee. Dann doch nicht. Ach man. Schade. Ah warte mal. Da war noch ein goldenes. Magazin Nachladezeit. Minus 15 Prozent. Schaden über überlegene und Elite Gegner. Hm. Aber verfehlt. Oh. Lebensverlust und Magazingröße leicht erhöht. Das ist doch gut. Ach du hast auch den Einhänder bekommen gell? Ja. Ja. Kattische Trefferchance. Schaden bei kleinen Gegnern. Also die AR 53 macht bei mir 100 DPS und 10,5 pro Kugel. Boah. Oh. Tempo Nachladezeit. Geht der Temp... Dann geht der DPS hoch. Feuerfrequenz. Geht der DPS auch höher sogar. Oh. Nicht schlecht. Mach mal das. Aber das eine. Oh. Das ist schon ganz gut du. Schon ganz gut du. Ja ganz du. Ganz du du. Hä die Rippers sind stärker. Ne. Doch. Die Rippers sind stärker als Lil Wang. Echt? Ja. Schaden. Wie viel Schaden macht die Waffe bei dir? Oh. Schaden macht die sehr viel. Hm. 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 Bonus für kritische... Oh. Oh. Das ist gut. Weil das kein Feuerfrequenz und Schadensradius macht. Mach das. Ah. Das ist natürlich Trick 77 du. Gell? Ja. Wie meinst du denn das jetzt? Hä? Hä? In Elementarschein. Bonus für kritische Teile. Scheiße. Okay. Ja. Und machen wir noch Brandessenz. Feuerschaden. Oh. Gift. Ja man. Meine Säureklingen sollen vergiften. 23% nur. Nur so wenig. 40%. Boah. 40%. Aber das ist halt natürlich schon stärker. Macht mehr DPS halt. Mhm. Scheiße. Ja egal. Ne. 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 Den D Volt meinst du? Was ist denn das für ne Waffe? Die kenn ich gar nicht. Ja. Der D Volt? Ja. Das äh. Ist das nicht die Elektromasche? Ah ne das ist dieser Nagelwerfer. Das ist anstelle des äh. Pfeilenbogens. Ja. Ist der gut? Ja. Der Nagelwerfer ja. Der Nagelwerfer ja. Der Nagelwerfer der macht Schaden. Ja. Ist der Nagelwerfer gut ja. Ja. Hat der ne lange Nachladezeit? Äh. Oh Gott. Ich hab den schon lange nicht mehr benutzt. Wenn ich das noch wüsste du. Ja. Feuerfrequenz. Pfeu. 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 Magazingröße verringert. Wie viel hat der eigentlich? 32 auf 24? What? Pfeu. 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 Jesus. Ich hab was Verrreck ich die ganze Zeit, Hey. Wenn… Wenn ich mich in so nen Arsch… was senken lass… tubig. Puig. … Nene das… Ich hab dich dich gemeint. Ach, so. Bombe hier halt mal so ein paar Sachen rein, Ne. Das musst du. Schaade… Schaaaaade. Aber mein Bogen macht noch los. immer mehr wie der komische nagler den lasse ich aber auch drin den naglern nur der bogen aber ich probiere das trotzdem mal aus musst du mein maschinengewehr macht das machen wir auch mal weg da haben wir sowieso nichts drin und immer den nagler ok jetzt habe ich gift gift nichts strom feuer feuer eis bräuchte ich noch egal jetzt muss ich mal gucken skill punkte vier stück er hört die maximale anzahl der drei punkte was machst du es kostet noch eins die menge g verbesserte g-regeneration warum nicht und das war's gut dann gucke ich mal was ich so ihr neues hab gefundene munition ok das ist ganz gut ich kriege treffer gibt es da auch was neues ist neues bewegungstempo und schaden durch schwere waffen erhöht das ist viel besser das ist aber auch gut war 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 schade weil die klappe jetzt waren echt doof was denn du bist echt doof jetzt bin ich wieder schuld ja natürlich wieso bin ich alter mehr ja man da habe ich auch nichts gescheits aber meine chi kapazität ist halt auch wichtig das was mal drin ja da habe ich einen neuen oh 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 koop schaden koop schaden plus 7,2 prozent schadensbonus aura bei koop spieler sehr geil das ist gut mach mal rein oder dann mach mal mehr schaden also ich könnte das ja auch rein hauen aber ich glaube ich lasse lieber das mit der heilung oder ja wobei hat die wirklich was gebracht boah ich muss später unbedingt nachher mal so alles aussortieren aber das mache ich offscreen so was wichtig ist und nicht und dann verkaufe ich den ganzen scheiß jetzt gibt es viele skills die ich absolut nicht brauche so hallo gehen wir erst zu der alten und dann machen wir noch mal für den alten anderen sagt da oder ja also los geht's mit dir will ich reden was nein will ich nicht mit dir will ich reden ey der hat sogar ein glückskeks echt übernachte lieber bei einem nüchternen kannibalen als bei einem betrunkenen christen ach so ja okay äh zocki der ist irgendwo oben jetzt wo du das sagst äh halt die klappe kennst du es ja gell so mit such lieber den auftraggeber ja 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 ist ja gut da steht er doch ach ne das ist ah die geile alte wieder die die aufgelegt hat die dumme sau so was jetzt äh blau oder gold äh blau blau oder gold gold okay gold ich brauche dich zu herausfinden was diese kleine Scheiße an gearbeitet hat sie hat normale Informationen aber ich glaube sie hat mich aufhörstellt äh natürlich hat ich dich aufhörstellt du schweißer B*** was ist so lustig ah nothing private joke ich brauche dich zu her apartment in der Stadt und bringe mich anything you can find that looks like science notebooks lab equipment so ist es wie es braucht viel initiative listen du cocky piece of shit ich okay ich mache es Und die hat auch noch die Nebenquest, aber die machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir ja die Hauptquest. Okay. Bist du bereit? Nee. Nee, ich brauche Urlaub. Dann machen wir jetzt die Hauptquest weiter. Yippie. Los geht's.